Willkommen zurück, Leute, zu FIFA Street. Wir sind jetzt letztendlich stehen geblieben. Vielen Dank. 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 Okay. 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 Schön, nochmal rein, reingeklöppelt hier, zack, bam, so sieht es aus, schon gemacht, wir führen 4-2, das sollten wir gewonnen haben, ja, kann er gerne nochmal draufballern, aber das haben wir gewonnen, unser erstes Spiel, unser erstes richtiges Spiel, direkt haben wir gewonnen, ok, 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 schön, so kann es weitergehen, ok, Tore, ok, schönes Ding, wie gesagt, ich brauche natürlich erstmal ein bisschen Eingewöhnungszeit, aber, das wird schon irgendwie, wir haben ein neues T-Shirt vorgeschaltet und neue Stützen, aber keine neue Hose, das hätte erst auf Gold, aber gut, für den Anfang ist Silber, glaube ich, nicht so schlecht, gut Leute, das war es allerdings erstmal für diese Folge, ich bedanke mich immer noch fürs Zusehen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Kommentar und eine Bewertung da, würde mich sehr, sehr freuen, ansonsten, bis zum nächsten Mal und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.